Guck mal, ich habe einen neuen Pfeil für meinen Bogen. Heiliger Schneckenleckender Lachsäufer, der war weg. Hi, mein neuer Pfeil. Wenn sie nicht sterben wollen, bevor ich sie umbringe, dann jetzt ganz langsam die Hände über den Kopf und die Waffe auf den Boden legen. Alter, der Rost greift uns mit fliegende Waffen an. Hab dich im Traum gesehen, dein Cock war wunderschön in einem weißen Hochzeitskleid. Und jetzt die Bombe ganz vorsichtig zum Transporter bringen. Oh, ist ja runtergefallen. So, das war's. Damit haben sie auch die letzte Übung nicht bestanden und müssen die Akademie von vorne anfangen. Oh, das war doch gar keine Übung. Also auf den Zeitungsartikel morgen bin ich gespannt.